Diese Paläse in Las Vegas und die Halstaten, wie ich hier aus der Mitte heiße, sind umdreht in der Sportalina. Das ist jetzt der Schauplatz vom Real-Diffel-Kant. Ich bin gestammelt, es geht um den Thai-Box-Dinger. Mit herausfordernden Schereff, der jetzt wahrscheinlich repariert wird, von Boris. Und andererseits gegenüber dem Anbohle-Eisgrald-Fett. Es muss so ein Paket schlechthin zur Diffel-Verteidigung im Thai-Box-Surf. Der ASEM-Axel-Takt. Wir wollen wahrscheinlich die Anfragen vom Berufsforder, von Sherif. Was wird von der Kante gesagt, wenn er sich den Teamer absendet? Nein, die Taktik hat Sherif schon lange, Monate vorher mit seinem Trainer besprochen. Sie haben Videos analysiert von ASEM und haben genau die Streffenden und Schweffenden gecheckt. Wobei es sehr schwierig ist, bei ASEM eine Schweffende zu finden. Aber Sherif, weil er ein Trainer ist, und ich will mich auch für den BD-Bike suchen, wird versuchen, ob er einen Gegner hinzugehen und seine Box-Kombinationen reinzubringen. Sherif, du hast einfach kurz eine Füße gemacht. Die Box von ersten Bekannten sollen das für blöd sein. Die Box von ersten Bekannten sollen die Füße von der Kante geben sollen. Also für den Boxen. Das wäre schön. Schau mal. Schau mal. Was kannst du für einen Boxen machen? Nein. Was passiert da alles? Ja, ASEM hat natürlich auch seine Taktik. Er hat seine Bekannten Heikicke, die wollen er sicher versuchen, ihn einzusetzen. Er wird also gesucht werden, gegen den Haken gekickt zu treffen. Aber ASEM ist ein sehr ausgewogen und hat natürlich auch nicht meinen Vorteil. Er hat den Vorteil, dass er jetzt wendiger ist, vielleicht leichter ist. Und natürlich auch grösser. Das wird ihm einige Vorteile bringen. Sonst leistet es im Gegenteil auf Distanz zu halten. Frau, bist du an ASEM? Gockert die Tone vom Endleister Thai-Boxer, oder? Bist der Sheriff, der Challenger? Der Herausforderer, muss du nicht treffen? Ja, ich würde sonst mal schauen, ob es ein Druck macht und so. Und dann, ja, das wäre schon nicht. Aber schon. Ach, das war das. Gut. Hey, das ist die Frage. Kein Erlisch-Speaker. Unsere Richter. Anhem nicht. Wir müssen hier einfach zu sagen. Junge, halt. Einen Moment. Na, schon Junge. Ab und zurück. Dort oben. Siehst du, du bist der Mund? Ach ja. Wie ist das richtig, ob kommst? Also, zuerst werden wir natürlich einmal die Ränge erklärt, was alles erlaubt ist. Also, wir müssen sich richtig da mich mitmachen. Also, zuerst will ich das nicht anfangen. Wenn wir uns nicht alles entdecken. Also wir haben hier in der blauen Ecke, wo über einen Kampfgewicht von 94 Kilo haben wir den Sherry! Und in der roten Ecke haben wir über einen Kampfgewicht von 82 Kilo, den Hasel Maksuta! Und wir haben hier in der alten Ecke, den Hasel Maksuta! Gut, jetzt erschaffen Rettung, Kenntnisse und Affairing! Und du hast Gott von Ihnen recht offen gesagt, hier auf der Schiedsrichtung und auf der Lieblingssrichtung! Also der Kampf für uns erläuft in dem Kampf! Hier kommen wir jetzt in der Schweiz verboten! Logik erlaubt, Heikik erlaubt! Wir hoffen auf Euternis und hoffen auf Bärenkampf! Wir haben den Kippenzeichen! Wir haben den Kippenzeichen! Okay! Also sie sind gerade bei, sie abzutasten! Sie sind mit Box-Techniken! Sie probieren ein bisschen aus, wenn man Kippe an ihn bringen kann! Mit Eimox ist die erste Runde meistens ein bisschen abzutasten vom Gegner! Nur schon was die Sterne und Schwächen an ihn hat! Sie haben probiert, die erste Kipps reinzubringen! Nutzen sie ihre Kippenzeichen! Hält sie gegen den Aufwand stellen auf Distanz! Wir haben natürlich versucht, die Kippenzeichen nicht zu kommen! Sie haben versucht, die Box-Techniken durchzukommen! Aber der Kippenzeichen ist einfach zu wendig! Und die Kippenzeichen ist nicht so ein richtiges Ziel! Jetzt haben wir typische Klinkstrengen! Sie haben gegen den Griff versucht, die Kippenzeichen reinbringen! Aber der Schnellen entdeckt das Abbild in den Ecken gibt! Jetzt sehen wir die typischen High-Kick-Low-Kick-Kombinationen! Die sind davon, die Gegensatz zu ermüren! Wo die Schleiche immer wieder auf den Oberstand kommen und auf den Körper gehen! Die Schnellen sehen zwar jetzt nicht so stark aus, aber ich zeige es oft durchaus Auswirkungen im Verlauf eines Kamps! Wenn man also 5-Runden, man muss den Kick einstecken, dann ist das doch eine leichte Überraschung für den Kämpfer! Und nicht jeder vermagte, dass wir den Schluss durchhalten! Jetzt wieder die Klinschzeichen! Hatten wir jetzt vielleicht mit den Kipps zu brechen, um besser seine Kicks hinzubringen! Aber wir hatten die Schere als gleiches Ziel! Und so ist das die Luella ziemlich ausgewogen! Jetzt hat sie sich wieder voneinander geöst! Eine Runde geht auch durch den Kampflubbeln! Sie sind live bei mir in all den Tesseln-Streets-Vormarkt in Sporting! Es geht nur weiter, die Bärgung gibt keine Boxen! Bis die Bärgung in Rot und der Asi-Max-Verteil! Der Herausforderer! Challenger! In Schwarz! Der Scherich! Als gleiches Ziel, es ist sehr ruhig! Oh, oh! Was sag ich denn das? Wir haben heute noch nicht den Schlag gesehen! Als der Mann, wir haben einen Rund-Kick hingefragt, und einen Haken holt, dann kamen wir vorbei, wir kamen wir auf dem Kreuz und auch und dann kamen wir auf dem Kreuz. Wir haben heute noch einen Rund-Kick hingefragt, wir haben heute noch einen Rund-Kick hingefragt, wir haben heute noch einen Rund-Kick hingefragt! Und was? Also, wo geht die Kier-Kant-Kick schon? Der Grundstärk? Haben Sie die Meinung nach, wo ist das Trainingscenter? Also das Trainingscenter ist am letzten Grad um den Tiertelbeiß da, und dort gibt es die Magie-Kong für das Probetraining, hier sind wir noch bis an 6, sind alles erstanden merkbar, wir haben dort auf dem Stationen herzustellen und uns die Infos hat es raus, die Börse, die Böse, die Böse, die Böse, die Böse, die Böse, die Böse, die Böse und die Böse, und wir legen damit eigentlich ganz qualitativ und die Handkünste ab. Jetzt präumt euch mal alle, dass wir uns gesiegt haben, für die letzte Events, gerade in einem Rund-Z-Sporti Sport Arena. Also, die Abenteuerung, das ist eine Abenteuerung, und auch das Dschungel, wir haben feuer und hier im E-Wert, mit der Melendus-Fest-Pol, ja, es ist eine Umsichtige für dich dabei, und wir haben hoffn, es wird wieder als Liedverteilung als Erfüllungsgelassen. Dann können wir euch heute Abend, bis wir mit euch!